Alter, ich hab mal gleich von zwei Yetis einen auf dem Sack. Jetzt darf ich erstmal kurz wieder Blümchen pflücken. Ich nehme die hier. Komm her. Das gibt's nicht. Vor allen Dingen da hinten. Nee, komm. Kann ich jetzt hier wieder mal weitermachen. Ja, natürlich, klar. Upgrade-Aufgabe. Ja, zeigt doch mal, wo ich da bin. Wo ich zufälligerweise da bin. Natürlich nicht. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Hier, Drecksäcke. Okay, der LKW hat anscheinend einiges mitgebracht. Aber ich wette, ich kann die reparieren. Ich hab doch hier mein zuhause-Schweißgerät-Stück wieder dabei, was man einfach nur ranhalten muss und schon wird er repariert. Ich hab' einen Schrottplatz entdeckt. Ja. Ja, ich will ja nichts sagen, aber so wie der LKW aussieht, gehört er hier auch hin. Mein Geldbeutel ist fast voll. Okay, dann muss ich definitiv mich jetzt mal ranbegeben. Mal, ich muss schon was Neues wollen. Was? Nein. Das ist der Vierer, ne? Nice. Eigentlich will... Ich wollte eigentlich lesen. Das war so gerade. Ich will's doch nur lesen, Mann. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Danke. Danke. Das ist der Vierer-Jagd-Tagebuch 3. Heute hab' ich einen getötet. Und jetzt weiß ich, was mir so vertraut vorkam an diesen Wiestern. Oh, Götter, vergib mir. Ich wusste es nicht. Wie hätt' ich das wissen können? Menschen, die sich in Wästchen verwandeln? Das ist nicht normal. Nicht? Komm, das ist nicht alltägliches Geschäft hier. Das ist ein Fahrzeug auf jeden Fall. Ich hab' keinen Bock auf sowas. Ich hab' gerade erst ne Hule plattgemacht. Schon kommt das nächste Hule-Helfe. Ist klar. Zumindest hab' ich die... Hallo, was wird das denn? Zumindest hab' ich die Pietis hier plattgemacht. Wow. Wow. Tötet bitte das Wiest. Ciao. Ich muss hier ganz schnell weg. Taucht doch einmal wieder die Yeti auf. Ich glaub's nicht. Aber, hey, tapfer wie ich bin, hab' ich einen Pfeilumgang. Kommt so hin. So. Ob nach Hause oder Pause. Puh. Ich habe das nächste Wienenfeld. Uah. Was war das? Was war das gerade? Da kommt jemand verbraucht gerade mein Wienenfeld. Das ist aber gar nicht nett. Das reicht's aber. Mann. Das ist schon neu, eure Mienenfeld. Sag mal, ich hab' ich eigentlich mit dieser Zettel gelegen. Bericht an können und lassen sich. Wir sind wie befohlen von dem Rest der Expedition im Tal angekommen. Es gibt ein paar Einheimische hier, hauptsächlich Jagdfarmer. Wir werden sie verhören und herausfinden, was sie uns über das gesuchten... ...über den gesuchten Serien... ...sagen können. Gegenstand. Sagen können. Meine Beutetasche ist fast voll. Ja, das liegt tatsächlich daran, dass ich nichts mehr kaufen kann. Okay, ne, stimmt eigentlich gar nicht. Fällt mir gerade so oft. Ja, die ist freigeschaltet. Die Waffen sind zwar gratis... ...sozusagen. Ach, hiervon sind keine freigeschaltet. ...schade. Aber... ...ich kann die ja kurz mal wieder einfärmen. Einfach nur, um Geld auszugeben. Ja, ist wieder nervig, ich weiß. Oh ja, die sieht cool aus. Und zwar irgendwie... ...nicht echt. Aber sehr gerne. So. Ursprünglich, ja. Das sieht sehr ursprünglich aus. So. Wir sind jetzt erstmal wieder unter eine Million, aber... ...wenn ich erstmal wieder ein bisschen sammeln kann. Weil ich hab ja auch noch was... Ah, ne. Zu verkaufen hab ich ja nicht mehr. Stimmt. Ich hab ja jetzt Gott sei Dank alles an. Hab hier liefert. Schalldämpfer. Richtig. Noch 10 Minuten wegen. Erweiter das Magazin. Sehr gut. Na komm, dann mach ich die Magnum auch noch. Ja, Nachsicht ist jetzt nicht so. Ich nehm das Reflex-Visier ist ganz nice. So. So. Aber... Natürlich kommt der Setzen dann wieder nach drüben. Okay. So. Verstanden. Das heißt also, ich hab hier noch ein paar Fähigkeitspunkte. Ich wollte ihn hier machen, damit ich die versetzen kann. Jawohl. Was haben wir hier? Weiche Landung. Oh ja, das wär auch ganz gut. Was haben wir hier? Endlos sprinten. Ich hab sowieso bis jetzt keine Einschränkung beim Sprinten gespürt. So. Deckungs-Takedown ist auf jeden Fall auch ganz nice. Und ich werde mir allzeit bereit, Waffe wechseln und zielen, dass das schneller geht. Sehr gut. Okay. Super. Dann haben wir die gleich wieder ein bisschen zurechtgestutzt. Ja, so war. Dann haben wir die. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, hole ich mir noch das Upgrade. Weil ich ja eh gerade aus der Richtung komme. Hehehehe. Hehehehe. Ja, so war ich. Oh, oh. Geh mal her, was auch mal du hast. Was ist das, was ist das, ein Geschoss? Oh, guck mal. Da, Schweinis. Aber tötet der nie, oder? Da, da steht auch noch was drin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Spannend! Spannend in die Richtung! Unschwein! Ich seh' sie noch nicht. Ich mach' die Bärchen fertig. Äh, ja. Gleich mehrere. Kontrolliertes Jagen. Was steh' ich denn für ne Belohnen? Kohle? Also Kohle ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt brauche. Äh, äh. Okay, ein paar Erfahrungsbote. Okay, also ein paar mehr. Das ist okay. Obwohl ich trotzdem... Nee, komm. Das ist ein Witz, oder? Wieso denn jetzt da oben? Oh Gott. Wölfe und Yetis. Ja. 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 Aber... Ja. 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 Scheiße! Alter, nein! 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 Okay, geht auf. Oh. Warum immer zwei? Das ist kacke. Das ist kacke. Äh, ciao. Gerade keinen Bock auf Yetis. Äh. Ah. Geht noch nicht. Aha. Darum gibt es wieder eine Waffe. Das ist kacke. Und vorauslich keine Yetis. Das ist kacke. Brauslich. Weiß nicht unbedingt das. Hier könnte ich Munition nachfüllen. Das ist cool. Ach, guckst du. Ich habe ein besonderes Fell bekommen. Moment. Erstmal ganz kurz gucken, was kann ich denn jetzt überhaupt herstellen? Den Geldbeutel! Oh, cool! Der fällt des schwarzen Teufels, okay. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal das Himmelskatze, das kennen wir ja schon. Gulo, oder der wieder. Dieser mega Honigdachs, ne? Kakadam, das war das Nashorn. Dickhaut war der Elefant. Dann der Fisch. Und den Schattenleopard. Okay, gut, also ich dachte jetzt da wäre irgendwas besonderes. Das wäre natürlich für welche anderen. Weil mir der Rothund, der Name des Rothundes gar nicht so bekannt vorgehen. Deswegen dachte ich jetzt, dass es auch irgendwie was Neues wäre. So, lass uns mal runter. So, und hopp! Aha. Das ist doch toll! Es geht noch weiter nach oben? Ich hoffe doch. Äh, wie nicht. Oh, die Dachs fällt. Achso, so ein Ding war das noch. Was soll ich denn da oben? Na ja, guck mal hier erstmal. Upgrade-Aufgabe, ja. Nämlich. Finde und Berge das... Achso, ja schon, das war immer das. Finde und Berg, ne? Ist natürlich auf der anderen Seite. Macht nix, komm. Wir machen das jetzt mal ganz so. Und... Und... Hoppala! Aha. Und... 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 Ja. Ja. Hier gibt's auch noch eine Fragezeige dazu. Wenn ich da hochkomme, heißt das... Divas... Da hin... Ah. Und... Oh... Oh... Und... Und... das müsste doch jetzt reichen. Und... Oh! 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 Ich hätt' nicht. Ich hätt' jetzt so geflucht, wenn ich das rund abgestürzt wäre. Ja, wo denn jetzt kommt? Ah, ich muss runter, hoch zu kommen. Natürlich, klar. Ja, das ist ja. Äh, was? Ich bin auch noch gar nicht auf. Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Äh, hallo? Da. Äh, aber da komme ich doch nicht dran, oder? Doch. Manche Sachen denke ich immer, dass es mir... Oh, Entschuldigung. Viel zu weit weg. Und bei manchen Sachen denke ich, dass es extrem nah dran ist. Ich muss doch noch mal weiter runter. Oh. Äh, Mist. Und... Dann bin ich bald mal oben, sag mal. Wie ist denn das hier? Ich spring da eher gegen, als dass ich da drauf springe. Okay. Ah ja, hier ist das Maschinengerät. Guten Tag. Ich nehme es mal mit, ne? Sehr gut. So, aber ich wollte ganz gerne noch einen rauf. Hallo? Wie, wie, wie komme ich denn jetzt hier rauf? Hä? Hä? Wie komme ich denn rauf? Ich will ja nichts sagen, aber wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da... Ich könnte jetzt ja fies sein, aber bin ich nicht. Hä? Wie komme ich denn da hin? Da muss ich doch irgendwie raufkommen. Äh, was? Da ist das? Oh, schön. Das ist ja noch viel einfacher. Gucke ich doch vielleicht doch einfacher von der anderen Seite ran. So wild ist es nur, dass ich jetzt wieder abfliege. Oh, das war so klar. Moment mal. Hä? Oh. Mich düngt. Jetzt bin ich gerade irgendwo gelandet, wo man am besten überhaupt gar nicht langtseite. Alter, lass mich in Ruhe, du Mist. Dank. Dank. Ich bin leer. Nein, nein. Ist nix. Jetzt ist der wahrscheinlich weg, ne? Ja, dachte ich mir schon. Da schießt die einfach auf mich. Ich hab gar nichts gemacht. Noch nicht. Na ja, gut. Na ja, gut. So, lass mich mal hier stehen. Genau, hier war ich nämlich schon. Erstmal ganz kurz gucken, wo muss ich hin? Ich finde den Truck der Jünger. Äh, der sich dort befindet voraussichtlich, okay. Fahre ich zurück. Okay. Wahnsinn, damit hab ich nicht geregelt. Was ist die Mission? Ja, hab ich immer, wenn wir das Elikierk erstellen. Diese Ladung ist die Schärfste beträgt. Ich wollte das so haben. Wer wollte das so haben? Ui! Ui! Hallo, ich bin der Weg. Du bist hier nicht willkommen, Fremder! Scheiße! Ja! Ich bin der Weg. Und du bist hier rückgeschützt. Treppt ihr nicht. Dritt du? Wo ist der kleine Dreck, sag? War doch noch so ein schwerer... ...schwerer Junge, warte noch hier. Huh? Oh, den hab ich auch schon. Wow, okay. Das hätt' jetzt nicht gedacht. So, ähm, 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 da... Da muss ich mal kurz hin, das versteht ihr sicherlich, ne? Äh, ich kann grad nicht... ...Kamles, wissenschaftliches Tagebuch 2. Die Substanz ist definitiv organischen Ursprungs. Sie wurde nicht verarbeitet oder chemisch aufbereitet. Aber es scheint, als könnte man sie destillieren, um sie stärker und vielleicht reiner zu machen. Ja, am besten noch rein, Alter. Es ist... ...dass den... ...den Leuten das um den Ohren fliegt, hier. Ja komm, das ist jetzt mal die Dunkel. Okay. Ah, die hab' ich noch nicht. Okay. Jetzt hab' ich sie. Die Waffe. Äh... Wo denn da? Ah. Wie frech. So, und da hoch. Aber da hoch ist es ja sowieso... ...einer. Das heißt, äh, da würd ich sowieso auch mal einschalten wollen. Da hat sich ja auch hier einer verewigt. Der junge Mann hier. Da ist ja ja auch ne Kiste gewesen. Aber die auch gleich mit. So. Jetzt weiß ich nur nicht. Nee, ich glaube mehr... ...gab's aber nicht zum Buchen, ne? Na doch den hier. Ich hab' das vergessen. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Das ist...